Ey Leute, ich bin echt so ungehalten, ja? Wir geben uns hier Mühe, wir hauen hier ein Format nach dem anderen aus, Sachen erraten Folge 5 und dann diese Aufrufzahlen. Für wen machen wir das hier überhaupt, hä? Für wen? Ich habe also wirklich Puls auf 180, so eine Stinkwut. Weißt du, wir stecken auch Geld und Zeit in solche Formate. Ideen, ja? Es fließt da alles rein. Und ihr, wie dankt ihr es uns hier? Wie sollen wir denn da Geld verdienen, hä? Denk mal drüber nach. So einen Hals habe ich. Spasten! Ne, wirklich. Ungehalten bin ich. Ganz doll.